100.000 Likes, nur damit kein Video von mir kommt? Dann seid mir immer einen Schritt voraus. Ich drehe den Spieß um. Wer dieses Video 200.000 Likes bekommt, kommt nächste Woche nur ein Video. Ihr Piss, Alter! Denkt ihr auch, ihr könnt mein System auch dribbeln, Alter, dass ich keine Videos mehr hochladen kann? Ich bitte euch, besetzt euch in folgende Lage. Ihr macht einen Termin mit Hamid aus, um euch einen sehr, sehr geilen Luxuswagen rauslassen zu können. Deswegen muss ich dieses Mal leider passen. Welches Wort würdet ihr wählen, um in diesem Interview auftrumpfen zu können? Tatsächlich heute mit einem armen GTR. Tatsächlich und ja, tatsächlich vor sieben Jahren Tellerwäsche. Tatsächlich nicht. Tatsächlich, bin heute Morgen ganz entspannt aufgestanden und hab mir Gedanken über die verschiedensten philosophischen Themen gemacht. Bin in die Küche gegangen und habe mir meinen morgendlichen Entspannungscafé gemacht. Ich hab mich hingesetzt mit ein wenig klassischer Jazzmusik und dann kam es mir an. Geht mir noch ein halbes Teil und heute Nacht wird... Tatsächlich. Oh, ey! Tatsächlich nicht. Mensch, es fällt auf wegen Andermord und das Video nicht am gleichen Tag getreten. Fällt nicht auf, oder? Wenn es jemanden gibt auf dieser Welt, der das Thema Verhandeln wirklich verstanden hat, dann ist es Hamid. Sag mir jetzt, was die Kiste kostet. 112? 105. Unter 109 passiert nichts. 4.000 Euro. Hälfte, Hälfte. 107. 108,5. Espresso auf dich? Geht los. 108. Sag mir jetzt, was der Wagen kostet. Für dich, Hamid, der Wagen, so wie er hier steht, 150. 15? Wie bitte? 135, Diskrepanz, betreffend uns in der Mitte, Hälfte, Hälfte. Ich kann den Wagen für den Preis überhaupt nicht abgeben, hier kommen wir überhaupt nicht zusammen. Espresso geht auf dich. Espresso? 15. Schatz, bist du es? Marvin? Tatsächlich nicht. In unserer letzten Episode hatten wir folgenden Apparillo von der Partie. Und was soll ich fotografieren von hinten so? In unserer heutigen Episode haben wir folgenden Apparillo von der Partie. Und zwar sogenannte Callboys. Hast du Sex mit deinen Kundinnen? Aber sehr gerne. Ich finde es sehr gut, dass Tomatolix sich hier mit den wichtigen Themen der Gesellschaft befasst. Und ich muss wirklich sagen, nach dem Tag mit einem Callboy will es für Tomatolix meiner Meinung nach Zeit, das Selbstexperiment in die Wege zu leiten. Hast du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich. Ja, dieses Gefühl tatsächlich. Tatsächlich. Alexa ist gerade tatsächlich nicht da. Tatsächlich. Auch als Mann ist es wichtig, sich für so einen Abend ready zu machen und das richtige Outfit zu picken, dass man die Frau einfach irgendwo, sag ich mal, geil machen kann, ja? Ja, grüß dich, Schatz. Genau, ich wäre dann für heute Abend soweit. Alles klar, bis später. I'm so bad. Jeden so, wie er kann. Karl Pflaume hat sich mit den Aufzug-Jungs getroffen. Und jetzt bin ich auch gespannt auf die Gesprächsdynamik, die sich dort fortentwickeln konnte. Welche Fragen Karl Pflaume gestellt hat und vor allem natürlich auch, welche affengeilen Witze Karl Pflaume wieder rausgehauen hat. Die goldene Regel, ne, Bäume. Es muss mindestens zwei Jungs geben von fünf, die singen können. Ja, und das klappt. Ihr könnt mir eine Sache glauben. Die Elevator Boys sind nach dem Joke mit einer 200%ig guten Laune durch den Tag gegangen. Kommt echt fresh, Digga. Ich persönlich würde mir zutrauen, mit dem heutigen Fit, den ich gerade trage, mit da dabei zu sein. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Das sieht echt gut aus. Als ich letztes Mal gesehen habe, was für ein extremer Hass in euch steckt gegen meine Videos, dann lasst diesen Hass wirklich an dem Like-Button raus. Weil damit könnt ihr einfach die Energie, die im Raum steht, bündeln und wir können gemeinsam... Verpisst euch! Ne, tatsächlich nicht.